Was kann die EU tun, um Armut zu bekämpfen und Chancengleichheit unter allen zu schaffen? Eine sehr schwierige Frage, sehr gute Frage. Um Armut zu bekämpfen, glaube ich, ist es wichtig, dass Menschen arbeiten. Damit Menschen Arbeit finden, müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Rahmenbedingungen heißt, der Wirtschaft einen Rahmen definieren, in dem sie kluge Produkte herstellen können, nachhaltige Produkte herstellen können. Wenn wir das schaffen, kommen mehr Menschen in Arbeit, bleiben Menschen in Arbeit und daraus entwickelt sich auch, dass der Kontinent an sich wohlhabend bleibt. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass jeder, egal aus welcher Familie er kommt, egal aus welchem sozialen Hintergrund er stammt, die gleichen Chancen hat, aufzusteigen. Ich glaube, das gelingt in der Europäischen Union noch recht gut, im Vergleich zu allen anderen Kontinenten. Das ist eine Stärke der Europäischen Union, das ist eine Stärke unserer Mitgliedstaaten und daran sollten wir arbeiten, dass das morgen auch so bleibt.